Sie haben für unsere Zuschauer ein Rätsel vorbereitet. Bitteschön. Also, ich möchte gerne fragen, für was braucht Käse oder Melka diese Stückchen? So, bitte, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie die Antwort auf diese Frage wissen, schreiben Sie bitte uns, melden Sie sich bitte bei uns und der Gewinner, also der Erste oder die Erste, die die richtige Antwort uns schickt, wird einen kleinen Preis von uns bekommen.